Hey Leute, ich bin's wieder, Drache Charo mit L.P. hinten dran und heute nach einer langen Zeit tue ich wieder Let's Playen und natürlich ist es ein Possible Creatures, ich werde das Projekt ja auch so schnell wie möglich beenden. Also, ich habe eine kleine Bemerkung jetzt hier. Wie ihr seht ist der Timer 15.31 und Rex lebt und da ist ein grünes Punkt klein. Denn die Aufnahme ist, ja wie soll ich sagen, Raps ist mit einer Aufnahme gestorben, haha, ja ich will keine hässlichen Warte benutzen. Und deshalb ist jetzt eigentlich eine Episode verloren gegangen, in der ich den Tank da erobert habe. Das bedeutet, ich müsste eigentlich das Ganze nochmal neu aufnehmen, aber da das Ganze sehr lange gedauert hat und sehr nervig war, will ich das eigentlich nicht tun, also. Wenn jetzt jemand sagt, äh, ich will das aber sehen, dann mach ich jetzt so quasi eine Bonus-Episode oder so, aber jetzt hab ich ernsthaft keinen Bock, das nochmal zu machen, weil es einfach so nervenaufreibend war. Also, bitte, versteht das und, äh, bitte seid nicht allzu nervig und bitte verzeiht mir, falls ich mich jetzt so von wegen, äh, weiß ich, wenn ich jetzt wirklich, ähm, sehr tief treffe und so und wie lang? Natürlich nehme ich wieder ohne Timer auf, ich bin so intelligent, das ist unglaublich. Ähm, 44? 44? Okay, dann muss ich fünf ob aufhören, okay. Gut. Ja, die Uhr ist hinter mir, muss ich mich ständig umdrehen, was doof ist, aber egal. Also mit diesen Worten wollen wir mal, ähm, anfangen. So. Sie zerstören unsere Gebäude. Fertig, Rex wird angegriffen. So, was wieder heißt, Gefängnis. Ja, stimmt, das heißt. Oh, stimmt, da war ja was. Das hat Hand und Fuß. Ah, da war ja was. Wird sofort erledigt. Kein Problem. Rex wird angegriffen. Okay. Wird sofort erledigt. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Oh, 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 oh. Rex wird angegriffen. Meine Fresse war das knapp. Gehilfen werden angegriffen. Hallo? Now, considering things, I might have to reload in White House. I don't know. Okay. Ja, so viel dazu. Na, ich hab noch einen Speicherstand. Aha, da steht ja nicht Laden, stimmt. Rex geheilt, okay. Ja, stimmt, ich kann natürlich nur einen Text vorlesen, der da... den die halt gesagt haben. Hm. Können Sie Ihre aktuelle Gemütsverfassung beschreiben, Mr. Chance? Und denken Sie daran, es ist für die Nachwelt. Ach, ich könnte Sie erwürgen für diesen Schlamassel. Hm. Faszinierend. Sehr faszinierend. Faszinierend. Gehilfen werden angegriffen. Ja, natürlich. Ich muss diesen Stützpunkt ebenfalls zerstören. Es darf nichts von der Sigma-Technologie übrig bleiben. Rex wird angegriffen. Sie zerstören unsere Gebäude. Das neue Gebäude steht. Äh, eines von diesen Dingen verfolgt mich. Rex wird angegriffen. Ich muss ganz viele gehilfen. Ich muss zumindest ein paar überleben und dort was bauen können. Und jetzt? Okay. Ich bin bereit. Ich versier, damit ich die Viecher, ähm, wird sofort erledigt. Von den Viechern da weg. Rex wird angegriffen. Rex wird angegriffen. Rex wird angegriffen. Du wirst das denn? Okay. Wird sofort erledigt. Und okay, jetzt gehen wir wieder nach Hause. Okay. Ich bin nach Hause. Ich weiß noch mal. Kohle-Chef für die Gehilfe. Warum? Also bauen. Fertig, Boss. Rex wird angegriffen. Gut, dann will ich zuerst mal einen... Luftabwehrturm haben. Nein! Ja. Ich bin erst eine Stunde wach, deshalb ja. Nein, nein, natürlich. Keine Ausreden. Keine Ausreden. Ich hasse das. Non-Amo. Können Sie Ihre aktuelle Gemütsverfassung beschreiben, Mr. Chanks? Okay, vertätige ich einfach, Rex. Und denken Sie daran. Es ist für die Nachwelt. Ach, ich könnte Sie erwürgen für diesen Schlamassel. Hm. So. Faszinierend. Sehr faszinierend. Rex wird angegriffen. Zack. Eines von diesen Dingen verfolgen. Ich muss diesen Stützpunkt ebenfalls zerstören. Es darf nichts von der Sigma-Technologie übrig bleiben. Ja, ich sag nichts. Rex wird angegriffen. Ich darf nicht da noch reden. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Gehilfen werden angegriffen. Mein Gott, ja, ich weiß. Die Kreaturen werden angegriffen. Fertig mit Bauen. Genau, dich muss ich umbringen. An die Arbeit. Du bist von mir gehirfen, umbringst. Wird sofort erledigt. 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 Rex wird angegriffen. Ich bleib einfach da, ist das Problem. So. Ich hab gesehen, wie ich vor mir Luftabwehrtürme. Also bei euch. Genau, noch einen. Der Boss. Okay. Ich hab zwei Hilfen verloren. Rex wird angegriffen. Äh, eines von diesen Dingen verfolgt mich. Das Gebäude ist fertig. Jetzt los. Vielleicht noch, dass du... Fertig, Boss. Sie sind der Boss. Schaffeln, degradieren. Rex Chance zu ihren Diensten. Oh mein Gott. Stirb. Komm schon. Das hat Hand und Fuß. Komm schon. Aber Rex. An die Arbeit. Okay. Hallo. Ihr kommt jetzt hier her. So. Ha. Ja, 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 die Mission ist doch echt eine Art Nuss. Gehilfen werden angegriffen. Fertig, Boss. Ja, das ist ein Lieblingskrieg. Es ging in vier, fünf. Gut, dann, Schaffel-Sitz-Könung. Gleicheschen. Überfliegende Einheiten bauen. Die gewünschte Entwicklung ist abgeschlossen. Sie zerstören unsere Gebäude. Hä, kann man das zerstören? Es bringt Ihnen nichts. Hallo. Für wird sein. Aber egal. Es ist mir so aus. Wayne. Als bräuchte doch einen. Hm. Komm schon, Bautsch, der war es. Also, Bautsch, der war es. Oh Gott. Ich kann nicht gut. Wie ist denn ich eigentlich so schnell? Unser Stützpunkt wird angegriffen. Fertig mit Baut. Hallo. Ich check mich mal für selbst nicht. In Ordnung. Es ist egal, ob das Ding kaputt geht oder nicht. Entwicklung Stufe 4, hallo. Das neue Gebäude steht. Sie sind der Boss. Ich sollte mich jetzt zeitlang beschützen. Bevor die richtig heftigen Flieger kommen. Fertig mit Baut. Sie zerstören unsere Gebäude. Oh, okay. Ich brauche doch einige. Fertig, Boss. Erstens einige für denen. Jetzt kann ich Kreaturen bauen. Sehr gut. Ich sollte eigentlich langsam, aber sicher die Ticklungsschufen da erforschen. Das neue Gebäude steht. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Sie sind der Boss. Die Kreaturen werden angegriffen. Und jetzt? Das hat Hand und Fuß. Komm schon. Eines von diesen Dingen verfolgt mich. An die Arbeit. Was? Die Kreaturen werden angegriffen. Sie zerstören unsere Gebäude. Sehr viel Strom. Das ist sehr viel Strom. Okay. Wie viel Strom kostet das? 25 nicht viel. In Ordnung. Ich muss diese Basis sicher verdankt. Jetzt wird das nichts. Sonst wird das absolut klare nichts. Fertig mit Bauen. Was trägt's? Das neue Gebäude steht. Ich bin bereit. Das hat Hand und Fuß. Fertig, Boss. Sollte wir mit Strom sorgen. Stufe 4. Fertig, Boss. Sag mir nicht, dass ich übertreibe. Okay. Die kriegen den Dinger da gesehen. Und das Ding muss gesichert bleiben. Weil die Kreaturen hier werden sich nicht zu Feind verwandeln. In Feinde verwandeln. Fertig mit Bauen. Ja, ich weiß, ich nehme jetzt einig den... Hallo? Easy way out. Sie sind der Boss. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Das kostet nicht mehr so viel Kohle und das ist mega effektiv. Okay, okay, jetzt übertreibe ich. Seht ihr? Sobald die Zahl 5 überschritten wird, übertreibt man. Das Gebäude ist fertig. Ich hoffe jetzt einfach... Also ich glaube nicht, ob die Idee kommt. Entwicklung für Stufe 4 ist abgeschlossen. Landeinheiten zu schicken. Das wäre nämlich... Sie zerstören unsere Gebäude. Ja, fies. So sehr schön. Fertig, Boss. Ah, Stufe 4 wurde erreicht. Ist gut. Was wir brauchen, ist definitiv mehr Strom. Und den Potwal. Nicht genügend... Oh. Ah, da sind die Stromverschritten. Kein Problem. Die Kreaturen werden angegriffen. Rex Chance zu ihren Diensten. Oh, du bist so schnell... Zusätze abgeschlossen. Komm zurück. So. Ich brauche nur einen Aquatank. Ich bin bereit. Wird sofort erledigt. Ich muss den Potfall finden. Okay, es ist Potfall und Elefanten. Weitere wo. Okay. Ja, ich habe gerade eine Dose kok, weil ich... Ich bin müde. War gestern oder heute eher... Bist wir überwachen? Unser Stützpunkt wird angegriffen. Was? Wo? Gehilfen werden angegriffen. Hallo? Sie sind der Boss. So. Ein Luftopferturm. Oh mein Gott. Okay. Ciao. Wir müssen aktiver sein. Wir müssen effektiver sein. Guck, du hast das Ding gesichert. Hallo? Die Welt ist eine heile Welt. Naja, so halb zumindest. Und jetzt? Und jetzt? Ähm... Wird sofort erledigt. Gott, schwimmt sie aus. Kein Problem. Wird sofort erledigt. Später finden. Kein Problem. So. Das hat Hand und Fuß. Ich brauche es in der Stimme 5. Dafür baue ich mir Strom. Was ich brauche, ist mein Aquatank? In Ordnung. Wegen der... ...kunden Kreatur und ich dann ab. Den Weißhain habe ich noch nicht, oder? Okay. Nein, stimmt. Doch. Doch, 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 doch. Oh, Boom, Baby. Also gut. Jetzt muss ich mich entscheiden, aber es hat ziemlich viele... Es hat doch ziemlich viele Türme. Okay, nein. Ich mache die Kreatur noch nicht. Aber der Weiße ist eine der geilsten Kreaturen, die man hier hat. Hier im Spiel findet. Das ist echt jetzt. Es ist... Der Weiße ist groß. Hat einen guten Angriff, sondern mit den Zähnen, aber egal. Ist ein exzellenter Schwimmer. Hat eigentlich ziemlich viel Gesundheit. Ah, aber ein wenig Verteidigung stärker. Ah, ja, ja, der Weißhäste ist doch ziemlich gut. Muss es einfach nur gut kombinieren, dann hat man eine fast unbesiegbare Kreatur. Wieso bin ich hier drin? Zusätze abgeschlossen. Hallo, hallo. Der Elefant. Ja, gut. Hallo. Ähm. Sie zerstören unsere Gebäude. Fertig. Okay. Habe ich nicht so eine krasse Abwehr wie dort. Wird sofort erledigt. Ja, sie machen weniger Schaden, wenn sie hier in der Wasser reisen. Was? Hallo? Aber dafür? Unser Stützpunkt wird angegriffen. In Ordnung. Fertig, Boss. Sie sind der Boss. Puh, knapp. Knappe Kiste. Das Gebäude ist fertig. Fertig, Boss. Okay. Hallo? Bin schon dabei, sei denn das Ding? Ich brauche mehr Kohle-Schäffler. Ich könnte jetzt eigentlich ein paar von euch zurückschicken. Fertig, Boss. Ah, ich weiß, was ich mache. Okay. Hier hin, meine Gehilfen. So. Ein paar Stunden. Genug. Noch zehn Minuten. Aber. Ah, stimmt. Jetzt kann ich die Abwehrtürme dafür stärken. Sehr schön. Genau das, was ich brauche. Zusätze abgeschlossen. So, und ja, wie gesagt, nach dieser Mission kommt die letzte Mission. Und dann ist das Projekt endlich fertig. Yes. Das ist drin ein Jahr, alter Vater. Sie sind der Boss. Ah, dann kann ich endlich ein neues Jump'n'Run-Projekt anfangen. Oh mein Gott, am liebsten eigentlich Spyro. Ja, so viel zur Spyro-Pause. So, wann kam... Ja, eigentlich kam es in den Sommer. Entwicklung für Stufe 5 ist abgeschlossen. Ich könnte auch doch wieder ein Spyro-Pause. Aber ich habe die Klasse... Das neue Gebäude steht. Ah, jetzt. Jetzt komme ich so richtig in Fahrt, wenn ich meine besten Kreaturen raushaue. Oh yeah. Okay, die Mission hat mich eigentlich nicht so psychopathisch gemacht, wie die eine mit den fünf Labors. Oh Gott. Wenn ich schon dabei bin. Okay. Hallo? Oh, right. In Ordnung. Äh, eines von diesen Dingen verfolgt mich. Ihr Bastarde. Wow. Sie zerstören unsere Gebäude. Fertig, Boss. Sie sind der Boss. Fertig mit Bauen. Okay. Wenn die jetzt hier hinkommen, ist es doch... Oh, Elektro-Gitter. Das brauche ich, Elektro-Gitter. Das Gebäude ist fertig. Fertig, Boss. Wieso ich jetzt so, äh, übermäßig auf Security gehe? Habt ihr das gesehen? Wie viele Kreaturen da waren? Alter, Faller. Alter, Vater. Fertig mit Bauen. Okay. Ist irgendwie klar, dass ich jetzt wohl... Oh, nö. Oh, nö. Nicht mehr ernst. Fertig, Boss. Wärts, was ich voll... Overkill mit den Nachtabwehrtürmen geben? Sie sind der Boss. Ich brauche die Kohle. Ich brauche die Kohle. Die gewünschte Entwicklung ist abgeschlossen. Die Hilfen werden angegriffen. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Wärts ist im Labor, oder? Gut. Die Kreaturen werden angegriffen. Hallo, kommt zu den Luftabwehrtürmen hier. Hier. Soll ich die Juden? Ich will es nicht nennen. Guck da, hier ist es gefährlich. Guckt, ihr werdet hier in unseren eigenen Tod fliegen. Hm, genau so. Genauso, das mag ich. Jetzt weiß ich noch ein paar... Okay, Eingehilfen mal, baue ich noch. Und dann scheint auch das neue Gebäude steht. Fertig, Boss. Ah, mehr Luftabwehrtürmen. Hat's noch mehr... Ah, du hast noch so viel Kohle? Ah, da war nicht mehr. Ja, jetzt habe ich nicht so viel Hilfe. Die... Fein. Das hier brauche ich eigentlich nicht, oder? Fertig mit Bauen. Ah, das muss er nicht mehr so gut tun. In Ordnung. Okay. Wow. Okay, jetzt brauche ich aber ziemlich... Fertig, Boss. Sie sind der Boss. Fertig, Boss. Aber ich will das Ding nicht ungeschützt haben, weil... In Ordnung. Gehilfen kosten sehr viel Kohle, also 100 Kohle pro Stück. Und ich kann ich nicht so leichtzeitig wegwerfen. Nö, 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 nö. Let's on no go. Und ich wissen, dass mein... Die gewünschte Entwicklung ist abgeschlossen. Gehen nach Hause. Sie zerstören unsere Gebäude. Ah, zweimal kriegst du mich nicht mit diesem Trick, mein Freund. Zweimal nicht. Warte mal. Äh, eines von diesen Dingern verfolgt mich. Nein. Das neue Gebäude steht. Und Lauen, komm. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Eines von diesen Dingern verfolgt mich. Fertig, Boss. Okay, ja, gut. Was ich jetzt benötige... Fertig, Boss. ...ist Kohle. Fertig, Boss. Sie sind der Boss. Und ich brauche noch Schuss. In Ordnung. So. Jetzt da... ...zwei Gehilfen. Habe ich eigentlich acht Gehilfen in dieser Welt? Fertig, Boss. Ah, gut, acht, ja, neun. Egal. Der Rest fließt jetzt wirklich nur noch in der Tour. So, in eine bechtige Fernkampfarmee. Mit doch starken Nachkämpfern. Fertig mit Bauen. Eigentlich will ich euch noch ein bisschen taffer machen. Vor allem mit Nachkämpfern müssen taffer werden. Warum? Ja, warum wohl? Fertig, Boss. Sie sind der Boss. So. Okay. Das ist gut. Das gefällt mir. Ah, das ist auch gut. Da hat es noch Kohle. Ja, ich bin so ein Trottel. Manchmal bin ich wirklich ein Trottel. Ich weiß. Fertig mit Entwicklung. Und ist es schon so weit? Nein, wir haben noch ein paar Minütchen. Ein paar schöne Minütchen Zeit. Oh, yeah. Also, hoffe ich, verschwerte euch nicht, weil ich will den ganzen Schrott nicht nochmal machen. Das ist einmal in den Netzbläber genug. Das hat mich wirklich aufgeregt. Ich meine, ich kontrolliere schon die Aufnahme und dann sehe ich, äh, sind wir sich ein bisschen wenige Raps oft haben? Dann sehe ich, nein, Raps hat nicht aufgenommen. Verdammt. Und jetzt sind sie aufgenommen. Sie zerstören unsere Gebäude. Hat Spaß gemacht. Das bringt mir jetzt wieder viel Spaß. Nachdem die schlimmste Phase eigentlich vorbei ist. Ich hatte eigentlich da so eine Phase, wo ich überhaupt keinen Bock habe. Die Kreaturen werden angegriffen. Ich habe keinen Bock auf irgendwas. Und, ähm, jetzt ist die Phase vorbei. Die Kreaturen werden angegriffen. Das ist gut. Jetzt langsam geht das Spiel vorbei. Ich weiß, das ist doch besser. Okay, ich sollte vielleicht doch diese Nahkämpfer rauskriegen. Aber die können wir wieder geben. Die Kreaturen werden angegriffen. Okay, das gibt ein bisschen die Verschwendung. Ja, kann ich ruhig das Ding anmachen. Auch Schlüssel, auch Schlüssel. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Die Kreaturen werden angegriffen. Los, töte ihn. Friss ihn auf. Oh Gott, nein. Die Kreaturen werden angegriffen. Ich brauche nur ein paar schnelle. Schnelle Kreatürchen. Sie zerstören unsere Gebäude. Komm schon. Die Kreaturen werden angegriffen. Schnell, 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 schnell. Ein weiterer Taratang wäre vielleicht doch nicht zu beachten. Jetzt ihr mit eurem Lind... ... nun Sehvermögen, ja. Die Kreaturen werden angegriffen. Definitiv mehr Kreaturen. Ah, der hat ziemlich viel Kohle. Das sind... ... sind ein Tick schneller, aber das bringt uns nicht viel. Also zurück. Zwei Wege, wo sie hierher kommen können. Okay, du brauchst definitiv einen... ... erhöhten Sichtreif. Schön, dass ich das Ding eigentlich halten kann. Oh Gott. Das ist sehr schön. Hallo. Kannst du eigentlich hier kommen? Und hier meinen? Die gewünschte Entwicklung ist abgeschlossen. Die Kreaturen werden angegriffen. Oh oh. Vielleicht hätte ich mir doch nicht zu viel Zeit lassen sollen. Die Kreaturen werden angegriffen. Gehilfen werden angegriffen. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Die Kreaturen werden angegriffen. Bastard. Ich kann mich momentan nicht mit internen... Äh, eines von diesen Dingen verfolgt mich. Muss ich aber. Ich bin wirklich gezwungen. Fertig, Boss. Sie sind der Boss. Komm schon, krass das Ding an. Mit vereinten Kräften können wir es fertig machen. Sie werden angegriffen. Sie werden angegriffen. Fertig machen. Dann auch nicht. Nein, meine Gehilfen. Mein Gott. Das nervt mich. Äh, eines von diesen Dingen verfolgt mich. Das hätte ich nicht mehr. Okay, das hätte ich immer noch. Gehilfen werden angegriffen. Ja. Sie zerstören unsere Gebäude. So ein untagbares Vieh. Boss, auf diesem Kohlehaufen gibt es keine Kohle mehr. Boss? Gut, dann kommt hierher. Okay. Jetzt noch Kohle. In Ordnung. Das wäre ganz viel Kohle. Das sicher wäre hier Kohle. Nein, eigentlich nicht. Ja, ja, ganz so gesehen nicht. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Ja, das sehe ich. Das sehe ich. Gut. Aber es sollte jetzt eigentlich genug sein. Äh, eines von diesen Dingen verfolgt mich. Oh, ihr Bastarde. Nein. Lass mich in Ruhe. Nein, lass mich in Ruhe. Sie zerstören unsere Gebäude. Okay. Und in der nächsten Folge fahren wir halt fort. Wenn es heißt, vernichten wir ihn. Also, den Typen da. Ah. Gut. Ich sehe es schon, ich sehe es schon. Gehilfen werden angegriffen. Hallo. Kommt schon. Sie sind der Boss. So ist wie... Ach. Baut einfach so das Ding. Äh, eines von diesen Dingern verfolgt mich. Kommt schon, komm schon. Na gut, okay, ich höre jetzt wirklich auf. Mal sagen, bis zur nächsten Episode. Ihr Hilfen werden angegriffen. Bis dahin, haltet eure Unstatt. Tschö. Tschö.